Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Namibia. Wir haben kurz vor Tageswechsel und hier wird es gerade richtig spannend in Südamerika. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten, denn Lateinamerika versucht hier gerade unsere Armeen zu stellen und unseren Brückenkopf hier zu zerstören mit einer großen Offensive. Und wir aber haben eine Falle konzipiert und die wird hoffentlich zuschnappen. Und dann werden wir hier alle ihre Armeen zerstören und dann einen Gegenangriff starten. Das sieht zwar gerade äußerst grim aus, sie haben hier deutlich mehr Artillerie, deutlich mehr Infanterie und sie greifen gerade auf breiter Front an, aber glaubt mir, ich habe einen Plan und hoffentlich wird der funktionieren. Und unsere Armeen können zumindest zum Teil hier überstehen und weitermachen. Denn die Lage zuletzt sah ja auch nicht gerade gut aus. Als wir zuletzt reingeschaut haben, gestern, da hatte hier unsere Flotte ein wässriges Ende gefunden in einem Serverlag leider und in den Goldmark-Schiffen von Lateinamerika. Das war ein sehr ungünstiges Timing. Wir konnten nicht reagieren. Unsere Schiffe wurden versenkt, unsere Kreuzer, U-Boote und unser Schlachtschiff. Und da sah es zunächst einmal wirklich sehr schlecht aus, denn wir hatten jetzt hier dann eben diese Schiffe geparkt. Das waren drei Kreuzer von Lateinamerika und ein Schlachtschiff. Das sah nicht gut aus, aber zum Glück, das Schlachtschiff war so beschädigt von dem Kampf, dass es nur noch 10% Moral hatte und die konnte ich sogar mit unserem kleinen Jagdflugzeug hier versenken. Das war ziemlich krass. In drei Angriffen ist das Schiff dann gesunken und dann waren nur noch drei Kreuzer übrig. Die waren auch angeschlagen und die haben dann in der Nacht versucht, uns hier unten zu bombardieren. Sie wollten unseren Nachschub abschneiden, unsere Lande an Einheiten zerstören und unsere kleine Armee hier behaken. Und das Schöne aber ist, dass Artillerie mehr Reichweite hat als ein Kreuzer. Und dadurch wurden diese drei Kreuzer einfach versenkt durch unsere Artillerie. Sie konnten uns nicht erreichen, sie haben einfach dann da gesessen, konnten sich nicht wehren und wurden dann durch unsere Artillerie versenkt. Damit ist die Flotte wieder dahin von ihnen und aktuell hat keiner hier Schiffe. Aber wir haben schon ein Schlachtschiff unterwegs, das ist hier die 50. Schlachtschiffbrigade. Die wird hier in den nächsten Stunden ankommen. Ja, heute Nacht um 4 Uhr wird die ankommen und dann hier uns supporten können. Und das ist quasi die Zeit, die wir aushalten müssen. Wir müssen noch 14 Stunden aushalten. Dann werden wir in der Lage sein, hier eben Rettung zu bringen. Dann werden wir in der Lage sein, deren Armeen zu zerstören mit dem Schlachtschiff. Und dann kommen auch die ersten Reinforcements an. Die 23. Armee kommt an hier in einem Tag. Das heißt, wir müssen quasi noch bis morgen aushalten. Dann spätestens sind wir hier deutlich stärker aufgestellt. Aber mein Ziel ist es eben, hier jeden zu retten, dass hier niemand fällt durch den gegnerischen Angriff. Und das wird quasi passieren müssen durch unsere Falle. Denn wir haben hier einen Bomber inzwischen. Der ist angekommen gestern. Und der bombardiert jetzt zum ersten Mal hier die Einheiten von Lateinamerika. Sie haben keine eigenen Flugzeuge hier, keine von denen ich weiß. Das heißt, wir können hier ohne größere Probleme angreifen. Ich werde auch mal unser Jagdflugzeug losschicken. Und das wird hier mal diese drei Einheiten angreifen. Denn die können auch ein bisschen Schaden machen. Und mein Ziel ist es eben, zu hoffen, dass hier dieser Bomber genug Schaden anrichtet, dass hier immer wieder mal eine Artillerie stirbt. Und einfach dadurch, dass wir hier Festungen haben, wir so lange aushalten können, dass unsere Armee hier sicher bleibt, immer mal wieder bombardieren kann. Und dann in der Zeit hier unser Schlachtschiff ankommt und sie genau in diese Falle rennen, hier unten dann irgendwo sind, von Bombern bombardiert werden, von Schlachtschiffen angegriffen werden, von der Artillerie behakt werden und dann langsam ihre Armeen zerstört werden. Und dadurch dann ihre gesamte Kampfkraft vernichtet ist. Denn ich glaube nicht, dass sie mehr haben als diese Artillerie. Sie haben wohl noch sehr viel Infanterie, das weiß ich. Aber das hier sind ihre wertvollsten Einheiten. Diese ganze Artillerie, die ganzen Schiffe. Und davon ist ja quasi die Hälfte schon weg. Also denke ich, dass wir das schaffen können und dass wir hier nicht sterben werden. Die Philippinen, die kriegen die Krise, wenn die das sehen. Die sagen dann da und hier, ich soll im Gotteswillen nochmal zurückziehen. Ich muss mich da eingraben irgendwie hier in Ushuaia. Ich muss da raus ausschiffen. Aber nee, ich denke, wir können das schaffen. Und selbst wenn nicht, selbst wenn nicht, dann ist das hier nur eine kleinere Armee. Der Verlust wäre zwar nicht ideal, aber wir kommen ja wieder. Wir haben ja schon direkt hier die nächsten großen Armeen bereit. Und die sind deutlich stärker als alles, was sie haben. Plus der Schlachtschiff. Also außer sie müssen nochmal Goldmark, was sie machen könnten, sollten wir in der Lage sein, hier ohne Probleme ihre Armeen zu zerstören und hier eine Landung durchzuführen mit unseren neuen Einheiten. Und dann hier vorzurücken Richtung Nequen, was ja das Ziel ist, hier diese Fabrik einzunehmen. Also ich denke nicht, dass wir das hier nicht schaffen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zumindest aushalten können bis heute Nacht. Die Verluste werden wohl da sein, wenn sie uns hier bombardieren können. Je nachdem, wie stark der Bomber bei seinem ersten Eingriff sein wird. Der wird hoffentlich jetzt hier zwei Artis ausschalten. Das wäre schon mal ein großer Gewinn. Und dann wird es auch deutlich gewinnbarer. Ich bin so ein bisschen im Überlegen, ob ich hier auch nach Ushuaia fliegen soll. Das ist ja auch ein Flugfeld. Das würde die Flugzeiten reduzieren. Aber da ist natürlich das Risiko, dass der Bomber da vielleicht gecatcht wird. Und wir brauchen den auch so ein bisschen, um hier Seedominanz zu erreichen. Denn sollten sie wieder Goldmark-Einheiten schicken, dann muss ich bereit sein, die hier eben mit dem Bomber zu versenken. Vor allem auch in der Hinsicht auf unsere Supply hier, unsere Einheiten. Die sind ja gerade ein bisschen in Gefahr hier oben. Die könnten theoretisch angegriffen werden von irgendwelchen Gegeneinheiten. Das heißt, auch da habe ich gerne den Bomber bereit, um eben zu reagieren. Also ich lasse ihn, denke ich, doch hier lieber einfach eben, um safe zu sein, auf den Falkland-Inseln. Denn wir werden gar nicht mehr so viel Supply bekommen hier unten. Weil es sieht so aus, als würde ein großer Krieg ausbrechen bald hier in Europa. Es gab schon viel Talk heute Nacht in der Zeitung und in der Diplomatie zwischen unserer Koalition. Denn es sieht so aus, als würde Norwegen jetzt hier auch deren Allianz mehr oder weniger beitreten. Genau wie Schweden. Es gab Säbelrasseln zwischen Kuban und Mosambik. Mosambik hat sich hier Gebiete geschnappt, die eigentlich Kuban haben wollte. Und wir haben ja deren Schiffe gehindert an der Ausfahrt aus dem Mittelmeer. Also es gab einige diplomatische Situationen, die waren sehr kritisch in der heutigen Nacht. Und ich bin zumindest schon in dem Gedanken aufgewacht, dass jetzt hier Krieg sein wird. Aber war es gar nicht. Obwohl eigentlich der Konsens war, heute Nacht bereit machen, es wird losgehen. Ich bin zwar jetzt hier eher ein kleinerer Player, was das angeht. Wir haben jetzt hier nicht die größten Armeen. Wir haben jetzt hier einen Bomber. Wir haben hier doch einiges in Artillerie. Aber keine zu großen Armeen, die jetzt wirklich darauf designen sind, hier einen längeren Krieg zu führen. Aber mein Ziel wird es vermutlich sein, hier zumindest Ägypten und Russland zu zerstören, wenn ich das machen kann. Aber ich denke mal, dass Nigeria und Mosambik, vor allem aber Nigeria, eben diesen Krieg führen werden. Und da auch die tragende Rolle haben werden. Das heißt, ja, ich gehe davon aus, bald geht es hier los. Russland versucht wirklich sehr, also das hier, versucht wirklich sehr, nicht Krieg zu führen. Die haben sich sehr kommunikativ gegeben, sehr einsichtig. Nicht aber Kuban und das andere Russland oder auch Norwegen. Die sind sehr konfrontationsfreudig. Die wollen auf jeden Fall uns hier bekämpfen. Sie werden auch nicht weiter Zugeständnisse machen. Das war schon sehr kritisch hier mit der Ausfahrt aus dem Suezkanal. Von daher gehe ich davon aus, dass hier sehr bald die ersten Kriege beginnen werden, zumal ja auch jetzt hier Mosambik und Kuban aneinander grenzen. Und auch hier Russland immer näher kommt. Und dann hier oben eben schon die Grenze existiert zu Norwegen. Die haben sich Teile von Frankreich geschnappt, quasi weg von Nigeria. Und der Grund ist klar, die wollen verhindern, dass Nigeria sich hier noch weitere Teile von Europa schnappt. Und ich weiß, dass Nigeria das quasi zulassen möchte, um dann dort Norwegen zu stellen und zu vernichten. Das ist das Ziel. Sie wollen quasi die norwegische Armee hier einschiffen sehen. Und dann wollen sich hier alle zerstören, sobald sie dann eben bereit sind für den Krieg. Das heißt, ich gehe davon aus, dass hier der Krieg beginnen wird, eventuell schon heute. Ich weiß nicht genau, was der neue Konsens ist von Nigerias Seite aus. Aber ich gehe von einem Krieg in jedem Moment aus. Und dafür bereite ich auch unsere Einheiten vor. Bomba ist bereit, Flugzeuge sind bereit. Russland hat hier einiges in Einheiten. Zwei Schlachtschiffe oder ein Schlachtschiff, zwei Kreuzer. Das ist relativ viel. Wir haben jetzt gerade nicht wirklich irgendwas, um darauf zu antworten. Unser einer Bomber wird da nicht ausreichen. Also ich bin so ein bisschen, ja, scared, was das angeht. Ich würde lieber noch ein bisschen warten. Aber theoretisch ist ja auch jetzt noch Mosambik hier. Und die haben hier auch zwei Bomber. Also es sollte wohl drin sein, die zu versenken. Aber wir müssen so ein bisschen schauen eben. Weil die auch hier natürlich eine Produktion haben. Und wir, also zumindest ich selbst nicht. Wir können keine Einheiten lokal hier produzieren. Wir haben keine Fabriken, keine Häfen. Das heißt, die Anreisezeiten sind etwas länger. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil für sie. Aber insgesamt ist unser Militär deutlich stärker als ihr Militär. Und vor allem, wir haben da echt gute Kommunikation. Ich bin sehr happy damit, wie wir kommunizieren. Wie wir uns absprechen. Ähm, ich denke, da haben die uns nichts, ähm, was sie hier gegen machen können. Und auch mit dem Verlust von Japan, die ja jetzt hier so ein bisschen spielen. Also die KI halt. Ähm, haben sie ja ihren größten Ally verloren. Und ich denke, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, ein großer Teil davon, warum sie hier verlieren werden. Ich sehe gerade, Russland hat hier, wo kämpfen? Oh, die kämpfen. Oh, Russland hat hier den größten Teil von der KI hier eingenommen. Das überrascht mich sehr. Das ging jetzt aber schnell. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass das passiert ist. Und die kämpfen jetzt wohl schon gegen Burma. Also ja, ich, ich gehe davon aus, Krieg beginnt jeden Augenblick. Wir kämpfen ja schon gegen Lateinamerika. Ähm, die Philippinen kämpfen irgendwie gegen jeden unter der Sonne. Ähm, Burma kämpft gegen Russland. Ich denke nicht, dass hier ein Krieg lange verhinderbar ist. Es ist offensichtlich, wo die Runde hingehen wird. Und wer gegen wen kämpfen wird. Von daher, ja, es wird auf jeden Fall Krieg geben. Und vermutlich eben die große Koalition aus Russland, Kuban, äh, dem anderen Russland, Schweden und Norwegen. Und dann so ein bisschen auf verlorenen Posten hier unten, äh, Lateinamerika. Die ja dachten, dass sie in der besseren Position wären, dank der Allianz mit Japan. Aber die ist ja Geschichte. Und dann noch Venezuela. Ich weiß nicht, was die für eine Rolle spielen werden. Mal schauen. Also ja, das ist der aktuelle Stand. Es gibt viele Kriege. Wir haben hier eine spannende Situation in Südamerika. Wir müssen hier irgendwie aushalten. Wir müssen versuchen, so viel Zeit zu erkaufen, wie es nur geht. Wir müssen versuchen, das Tier Schaden anzurichten. Und dann hoffentlich unser kleines Chor hier im Süden von Südamerika retten. Sie werden hier immer weiter eingekesselt. Unser Land schwindet. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.